Yo, 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 yo. Kleines, cooles Debut. Wie bist du wieder immer? Diese Griffe sind normales, ne? Für Waschmittel. Ich habe herausgefunden, dass der für nur einen rein dekorativen Speck ist. Denn du solltest definitiv nicht anheben. Wenn sie reisen sind, sind sie selber schon, okay? Ich habe das Ding hier mal aufs Fahrrad gehauen und bin dann eine Minute lang über die Straße gefahren. Selten, dass es jetzt nach der Straße gerissen ist, nicht auf der Straße. Und ich gebe dem Ganzen vier, ich wiederhole, vier von fünf gerissen Plastik-Schnur. Ich finde, das hätte die besser machen können. Und zwar, er hätte da von Anfang an einen Faden rumwickeln sollen. Hauchdünn, hauchdünn. Und dann wäre das besser gerissen. Was ich auch schlecht finde, ist, es hat sich nur ein Viertel, als es gerissen, auf dem Boden geklascht ist und nicht drüber gefahren bin. Und deswegen, da sind wir über die Reifenspuren ein bisschen, ne? Da ist leider nur ein Viertel davon. Ein kleines Viertel auf die Straße, der auf dem G-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W. Warum ist nicht der Rest rausgekommen? Äh, ich werde euch das Video schicken, beziehungsweise ihr seht es hoffentlich gerade an. Jo, äh, Respekt, äh, an die Google Münze, die Abteilung, für dieses, äh, Waschmittel vier von fünf gerissenen Schnuren. Weil, wie gesagt, das hat eine ganze Minute gedauert und es hat sich halt nur ein Viertel entleert. Das ist nicht der ganze, das ist nicht das ganze Waschmittel raus und es hat einige Minuten gehalten. Leute, das müsst ihr besser machen. Äh, an der Stelle gebe ich zurück ins Studio. Tschüss. Danke, danke